In der neuen Runde von Trouble in Terrorist Town mit dabei, alle aus den Pizza-Meets inklusive Dalu-Kart, ne, Moment, exklusiv? Exklusiv ist Dalu-Kart. Dalu-Kart ist immer exklusiv dabei, so er ist weder schön. Im Jamba-Spaar. Und da kommt Dalu auch schon angehüpft. Ah, hier sammeln sie sich wieder kurz vom Trader zu helfen. Ich hatte gehofft, ich werde Trader und kann dann so'n paar Sachen machen, die ich mir vorher überlegt habe, aber geht nicht. Peter bricht hier in so'n Haus ein. Warte, warte, stopp. Alle Sachen, die dir überlegt hast, du'n Trader, wirst du's genau dazu sagen, oder? LOL! Jetzt nicht euer Ernst! Kann ich hier raus? Hier ist geschlossen. Hier ist echt geschlossen. Dalu! Aha, verarscht. Was? Das war ne Doppeltier? Das geht ja gar nicht. Hey, Bram. Sepp und Jay hab ich noch nicht gesehen. Ah, der ist der Erste schon gestorben! Bram, den hast du auch gehört, oder? Ich hab's nicht gehört. Wo ist er hin? Hier unten liegt Sepp. Ja, der ist weg, hier unten liegt Sepp. Aber ich frag mich, wer in dem Gang steht keiner. Wer hat Sepp erschossen? Hier steht niemand dran. Der ist halt nicht, der stand nach oben. Peter war das auch nicht. Wann halt, wenn du die Treppe runtergehst? Direkt, wenn die Leiter runtergehst, aus dem blauen... Da war das Dalu! Hä? Ich bin doch draußen! Dalu war doch draußen. Nein, Dalu ist doch wieder runtergegangen. Ich bin mit euch rausgegangen. Ja, und da bist du wieder runtergegangen. Ich bin doch sogar draußen! Da ist er! So, da ist jetzt einer gestorben. Ach, Dalu, Mann! Nee, Dead Ringer. Nein, ich bin draußen! Peter ist grad gestorben. Aber hier, Jay. Jay ist tot. Ich hab Jay gekillt. Ja, und ich lauf oben rum. Moment, dann kann's ja nur noch Dalu sein. Ich glaube, dass du das bist. Ja, ist klar. Ich schieß doch wieder richtig gut, ey. Nein! Geil, ich bin im Treatter-Raum drin. Ich weiß gar nicht, dass einer existiert hier. Willkommen Traitors! Use the Buttons on the Overhead Map to switch cameras and set off traps. Ah, traps, okay. Ach so, so mach ich die Tür auf. Bist du tot? Dalu, ich lebe noch. Ich weiß, sonst wird die Runde vorbei. Ich kann auch nicht aus dem Dead Ringer raus. Diesmal. Das war echt mega ärgerlich. Easy going. Du standst mit dem Rücken zur Tür, Bram. Ich hab mich voll gewundert. Ich war grad zum ersten Mal im Traitor-Room, hab jeden Knopf gedrückt und blöderweise ging bei einem die Tür auf, wo der Bram direkt vorstand. Der war nicht so geil, wusste das nicht. Warte mal, aber ich war doch auch beim Traitor-Room, als ich gestorben bin. Dalu, wie hast denn du mich da gekillt? Ich hab nur Sepp getötet. Ne, stimmt. Durch Welt bin ich gestorben. Ich bin da irgendwie gleichzeitig umgebracht worden, als ihr da am Kämpfen wart, durch die Tür. Ah, geil. Okay. Gut, dann hat Jay dich halt nicht gekillt, aber egal. Im Traitor-Room hab ich dich trotzdem weggemacht. Ja, ich war ja eh innocent, ne? Ja, aber ich mein, Jay hätte dich halt so oder so in dem Raum da weggemacht. Ja, stimmt. Ja, ich hab mich halt voll safe gefühlt und so weiter. Dachte halt so, passierte wenig. Jay und Dalu. Dalu, schießt auf mich. Da sind die beiden. Da hat sie die Tür aufgemacht. Ja, die rennt hinter mir her. Ich hab Jay überholt. Da ist noch einer. Jetzt hat der. Sepp. Mach mal einer auf und wenn wir alle reingehen, weiß hier keiner, wer Traitor war. Genau. Guck mal alle reingehen. Wo war der denn? Hier rein. Da muss es dunkel ist. Ne, 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 hier ist die Tür. Hier. Hier ist die Tür. Aber daneben ist der Zomi-Ding. Oh, Jalu. Oh, du bist so sexy. Ne, der Zomi-Ding machst du von der anderen Seite auf. Kannst du auch von hier aufmachen. Ja! Dann hätte es besser klappt. Ab ihn, ab ihn. Weh mich erschien. Selbst der andere, der Nobel. War nicht schlecht. Was ist da gerade passiert? Kein Innocenter ist gestorben. Warum machst du denn so einen Scheiß? Ja, die standen mit zwei Mann nebeneinander. Da dachte ich, die kommen, weißt du vielleicht, die haben jetzt beide. Und dann habe ich auch richtig schlecht geschossen. Da lieben Bananen. Da lieben Bananen. Ja, du. Banane? Bananaa. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ja, guck dir den Lächeln an. Äh, äh. Verdammt, wo konnten wir nochmal wieder drauf sprayen? Auf G. G. Wie Spray-Logo. Und ich muss das immer noch umstellen. Ja. Ich will keine Pistole. Wieso, wieso ist das eigentlich bei jedem King-Yong? Weil der hat vom Server so eingestellt. Es wurde auf dem Server so eingestellt. Da hat Domi so eingestellt. Muss man Domi mal fragen. Domi ist ein ganz schöner... Muss ich noch umstellen. Faschist. Ich finde das witziger, als das Fuck-Symbol, was das Standard ist. Ja dann auf... Ich werde verfolgt von... Da, Lukas. Ja, aber du bist Trader. Von daher mach den nicht. Du bist Trader, du Asch. Mach den nicht, wenn ich muss. Oh, hoppala. Ah! Brabala, bin schossen. Tut mir leid. Tut mir voll leid. What the fuck? Du hast... Da hat sich einer hinten in die Ecke gekippt. Da dachte ich mir so... Komm, dann schießt du mal so... Ja, ich... Dann schießt du mal so drauf, wa? Da ist der Jay, schon wieder... Schon wieder unten im Trader-Room. Klar. Schon wieder... Schon wieder... So, so. Ich guck nochmal um die Ecke. Da ist er nicht mehr jetzt. Hier ist Jay. Äh, bin im Raum. Warte, wer war das denn? Das ist Jay hier. Jay war das. Nein, ich bin Peter. Jay will mich jetzt an den Zombies locken, glaube ich. Christian, ich bin Peter! Ach so, Peter. Da ist er hinter diesen zwei. Was? Hier sind auch noch welche. Nein! Ne, ich geh hier weg. Oh, da ist auch noch einer. Ich war hier unten noch nie richtig. Man muss sich mit einer Discompulator retten. Peter, richtig bist du mit einer Zombie-Gener. Disco-Party! Und dein Lichtausmaß. Oder geht dein Lichtautomatisch? Was machst du denn da für ein Quatsch? Oh ja! Was ist fantastisch! Ich glaube da hat er eine Bananenbohrung. Hast dich gerade so immer weggespringt! War das denn Bananenbohrung? Der war da brav. Komm, wir hängen seine Leiche auf. Aber der... Der kann sich nicht so... Warte mal... Der ist gesprungen. Da hast du recht. Du hast ein Plasma an der Backe. Oh nein, du Hure dann. Okay, ich raff's grad nicht. Äh, Chris ist es. Ja. Vor allem, was ist denn mit den anderen? Alle tot. Ich bin jetzt wieder direkt der Letzte. Ne, ne. Wir beide und Chris noch. Du bist Inno. Du belebst jetzt... Du belebst jetzt halt wieder. Wow. Oh! Peter! Peter! Pfff! Warte! Oh, krass, Peter! Ey! Pass doch mal auf da! Ey, ne! Peter will mich überfahren! Wo ist denn Sepp, die Sau? Moment, meine Waffe ist nicht optimal für diesen Kampf. Hah! Aber Peter mich trotzdem macht, ihr kleine Schnitzel. Die Karnate, die Frank Grenade ihn auf Bram geworfen hat, wolltest du im Ernst auf mich werfen. Nein, nein. Doch, das war genau so gewollt. Ich wollte ihn auf Bram werfen und dich erschießen. Ich wusste gar nicht, dass du von der Plasma, wenn du gestickt worden bist, stirbst? Doch, ja. Das war ganz schön schmerzhaft. Das war nicht schlecht, Jack. Vor allen Dingen von Asozialfrontal und du hast eine Plasma an der Bank. Ja, die war halt gestickt, also da hat er schon recht. Wo ich jetzt nichts mehr mache. Wir hätten beide eigentlich noch auf Dalu schießen müssen, statt einfach nur in der Gegend rum zu gucken. Aber es ist noch mal wunderbar, ich fand, dass so viele auf einmal dann tot waren. Bram und Jay sind gleichzeitig gestorben. Ja, quasi. Weil Dalu halt gerade ein Play gemacht hat. Also ich habe quasi gar nichts gemacht. Ja. Du hast auch jetzt Dalu fast getötet, das war mega lustig. Du hast ja das Auto losgeschickt, ne? Und ich bin gerade auf die Straße gegangen, dreh mich um, es hätte mich fast überfahren. Ja, ich habe alles, alles. Ich war zum ersten Mal in diesen Traitor auf. Ich wollte diesen Pfeil aktivieren. Alles aktivieren, ja. Schon wieder Asozialfrontal, diesmal. Aber die Rakete, die macht ja nichts, ne? Ja, dadurch lauf ich schon so rein. Doch die fällt ja irgendwo runter. Ja, wow. Ja, ich habe auch nur ein blödes Gewehr, das will ich... Ja, nicht. Wo ist denn einer, dass ich dich abgeben kann? Nichts aus! Nichts aus! Komm näher! Jetzt. 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 Ja. Komm, ich muss hier weg. Fliehe. Bram und Dalu. Okay, ich nehme den anderen Ausgang. Lass das! Wie, den anderen Ausgang, Peter? Wie verlangt das Sniper hat? Was, was? Den in das Haus, den wir letztes Mal auch genommen haben. Irgendeiner nicht verschossen. Irgendeiner nicht verschossen. Auf den Turm! Auf den Turm! Auf den Turm! Auf den Turm! Den anderen Ausgang am Ende des Ganges! Hä? In dem Pizza-Hand? Ach, im Tower, ja. Der Pizza-Hand. Der Pizza-Hand. Sepp der Böse? Sepp müsste es sein! Der Brom ist vor mir. Wieso ist Sepp schon hurt? Ich habe mit der Pistole in eure Richtung geschossen. Du hast mich erwischt! Ja, dann tue sehr rein. Eine Pistole in die Richtung. Du hast aber einen Sniper in der Hand. Ja, weil ich mit der Pistole... Aber davor... Nee, nee, nee. Ich glaube, Sepp ist es. Wie viel Schaden hast du, Dalu? Gar keinen Schaden, aber ich habe nur 86 HP. Aha, okay. Also habe ich dich nicht mal getroffen. Doch! Oh mein Gott, Sepp! Aber ich habe keinen Schaden. Du hast auf jeden Fall einen Schaden. Was war das denn für'n Leck? Oh, Sepp nicht mal da runterholen. Ja, so nicht. Hoppla. Ja, so nicht. Kommt doch da einer raus. Irgendjemand ist doch bestimmt da drin. Ja, Peter. Okay. Ja. Nee, nee. Trau dir nicht. Mittlerweile ist das allgemein bekannt, dass man nicht einfach irgendwo in eine Richtung schießt. Doch, ich mache das manchmal so. Das ist Spaß. Und dann riechst dich auch, wenn du das weggeballert bist. Oh mein Gott. Dalu und Bram sind gerade aus dem Untergrund gekommen hintereinander. Ich habe nur in die Richtung geschossen. Alter, habt ihr gerade Sepp gekillt? Nein! Doch, habt ihr wohl! Bram hat gerade Sepp gekillt! Du mieser Wichser! Du mieser Wichser! Du bist es doch wieder! Dalu ist zurück. Okay. Bram ist safe. Okay. Moment, das heißt Bram hat nicht Sepp gekillt. Jay. Jay ist der letzte oder Peter. So, pass auf. Wir legen Dalu mit da oben auf den Turm. Ja, das ist okay. Damit da keiner mit drankommt. Wie hat denn der das geschafft unter deiner Nase Sepp zu killen, ohne dass du das gecheckt hast? Keine Ahnung. Wie hast du das gecheckt? Du stand auch daneben. Ich habe es doch gecheckt. Ihr habt doch gesagt, habt ihr gerade Sepp gekillt, weil ich das gehört habe. Keine Ahnung. Ich war auf Dalu fixiert, nicht auf seine Ziele. Du warst auf Dalu fixiert? Der war der Mörder! Ja, aber das heißt ja richtig. Aber Dalu war unsichtbar. Dalu war erst unsichtbar nachdem... Wo ist denn jetzt Jay? Jay bist jetzt im Traitor-Raum und versuchst da die Fallen loszumachen. Ja, das werden wir ja gleich checken. Warte mal. Nicht, dass du jetzt hier unter uns Bombe geplantet hast. Ne, ich bin hier nicht rein. Nicht, wenn Peter Orler steht. Peter... Peter hat noch nicht auf Dalu geschossen. Sonst müssen wir ihn nicht sehen. Ach, guck mal. Friendship Beam. Alles klar. Ist wohl Jay. Dann können wir ja ganz entspannt sein in unserem Trio hier. Ja, das stimmt. Da unten ist er! Jetzt iss ich dran. Boah, Alter. Habi! Wie hat man denn da die Tür auf, Mann? Ah, schade. Sorry, Jay. Ach, ja. Warum hast du mich erschossen? Ich hab doch nur in die Richtung geschossen. Scheiß Friendship Beam, ey. So ein Rotzding. Ja, der war richtig kacke. Der wurde wahrscheinlich irgendwo aufgehalten. Ja, Sam hat's wenigstens noch erwischt. Wow, Dalu. Ein ganz großes Kino. Du hast mich ja einfach angeschossen. Ja, ich hab gedacht, ich markier mal einen. Ja, hast auch den richtigen Traitor markiert. Ja, hab ich ihn auch richtig schlimm provoziert. Und dann wurde er weg. Alles gut. Haben wir gewonnen. Hauptsache haben wir gewonnen. Hauptsache Dalu hat nicht mal wieder gewonnen. Ich hatte ja gehofft, dass Jay die ganze Zeit das Auto losschickt. Weil wir standen ja alle da, wo das endet. Ihr habt die ganze Zeit herausgefunden, versucht herauszufinden, dass die Kamera mal dann irgendwie live überträgt. Hä? Das tut die gar nicht. Man sieht gar nicht die Menschen, die da durchlaufen. Auf der Kamera. Nee, du siehst glaub ich, wo die fallen, dann explodieren. Ja, richtig. Weißt du, ich wusste ja gar nicht, wo ihr seid. Außer ich hätte halt alle gleichzeitig machen müssen. Oh Mann, ich will auch mal Trader sein. Ah, das ist ja der Klassiker. Oh, ich will auch mal... Ich will auch mal Trader sein, ja. Da im Zweifel immer alle Pfeilen auslösen. Ja, aber dann sind sie ja weg. Ich wollte ja vernünftig auslösen. Da ist er schon wieder. Aber du hast die gar nicht ausgelöst und bist stattdessen persönlich vorbeigekommen. Geh weg hier. Bist du sicher? Kannst du doch irgendwann explodieren? Feier! Wehe, das ist jetzt was Schlimmes. Ja, aber hat ja gerade auch nicht geklappt. Du Ficker. Doch, ich habe gerade dafür gesorgt, die zu beschützen. Vor dir selber. Ich habe ja... Ey, ich habe ja mein eigenes Pettchen. Wer läuft denn da? Wer läuft denn da? Alle sind, glaube ich, unten. Ne, ich bin oben. Jay ist auch oben. Der hat sich in so ein Haus reingekämpft. Ich glaube, der kauft. Das ist eine Lüge. Ne, dass ich das glaube, ist keine Lüge. Dann seid ihr die letzten beiden, die oben sind. Oje. Wo ist denn hier noch oben? Ne, warte mal. Wo ist denn? Ramm? Ramm, mach mal auf. Ich sage auch nichts. Mach doch mal auf. Mach doch mal auf. Mach doch mal auf. Mach doch mal auf. Mach auf. Sepp, mach auf. Ja, warte. 3, 2... Ey, wer schießt da? Ich wollte gerade aufmachen, Sepp. Hast du aufgemacht, Sepp? Sepp ist Traitor. Ne, ich wollte gerade aufmachen. Der Fracht, der schießt. Der Fracht, der schießt. Ich wollte auch gerade aufmachen, aber dann hat mich einer rein gehindert und hat geschossen. Geht das nicht. Hätte die Bramsche Theorie damals nie erklären dürfen. Du wirst heute so für mich behalten. Weißt du, dann einfach weiter... Alter, Dado. Fuck you! Dado und Bram und Cameron sich gerade unten vor dem Chat. Dado ist tot. Einer hat verloren. Ja, nice. Jay ist auch tot. Jay ist proven. Jay ist proven. Dann sind wir für mich Peter oder Sepp. Ihr habt lecker abgewartet. Ja, dann ist es wohl Sepp, wa? Wo ist Peter? Achso, Moment. Christian könnte dir auch sein. Ich hab gesagt, für mich sind es Peter oder Sepp. Ja, das stimmt, Peter. Wir sind ja nicht mehr da. Jay spielt gerade wieder mit Leichen. Ich weiß ja gar nicht, wo Sepp ist. Ich weiß gar nicht, wo hier gerade die Party abgeht. Ne, wir waren beide eben noch oben. Peter. Peter. Peter bleibt gerade stehen. Ich weiß nicht, ob das... Alter. Jay läuft rückwärts erstmal auf mich zu. Mit der Leiche. War auch sehr klug. Von demjenigen, den ich potenziell wiederbeleben sollte eigentlich. Geh mal weg! Guck mal, jetzt folge ich Jay auch noch die ganze Zeit, um den voll unter Druck zu setzen. Du bist übrigens ganz alleine, ne? Christian ist nicht mehr hinter uns. Ich könnte dich jetzt eiskalt so wegsnacken. Boah, da glaubst du, Peter. Da glaubst du. What the fuck? Jay ist der andere. Nein, Mann, das ist die Melanie-Mine gewesen, die ich von Dalo aufgenommen hab. Wann läufst du Spasti mir denn auch hinterher? Der hat Dalo doch gekillt. Ja, aber das... Gut, das wär ja auch nicht das erste Mal, ne? Wann läufst du Spasti mir denn einfach so hinterher? Warum ist Sepp eigentlich die ganze Zeit so still? Warum hat die vor allem nicht gekillt wenigstens? Warum Sepp so still ist und ich Jay nicht gekillt hab? Moment! Wir sollten weg von den, äh, äh, Dingern hier. Ja, aber wir sollten die Leiche beschützen. Ja? Sollten wir. Sepp, was machst du denn da die ganze Zeit? Hast du Sepp schon gekillt, Christian? Nein. Okay. Ich war bei Jay. Naja, du kamst halt irgendwo unten her, ne? Ja, und Sepp und Peter waren oben. Achso. Ja, ich hab Sepp diese Runde noch gar nicht gesehen. Achso. Du hast doch eben gesagt, du bist mit Sepp oben. Ne, Moment, Sepp war unten. Hä? Nein. Sepp war mit unten. Du und Jay? Ihr wart oben. Ja, ja, das ist richtig. Heißt, dann hast du den entweder gekillt? Dann hab ich den entweder gekillt oder er schimmelt noch da unten rum. Richtig. Genau. Ah, okay. Damit kann ich leben. Guck, komm, Sepp dann auch. Oder der ist mittlerweile hochgekommen. Das weiß ich nicht, aber ich seh ihn. Das kann natürlich auch sein. Ich seh ihn nicht zumindest. Vielleicht sollte ich mir eine Distanz-Waffe holen hier. Weiß ich nicht. Ich vertrau den Dinger nicht. Wie viel Overtime gibt es? 2,5 Minuten? Glaub schon. Peter, wenn du mich jetzt wegsniperst, ne? Du Hure. Ich bin ein guter. Ich weiß. Ich hab ihn gerade gesehen. Du bist ein guter Sniper. Wo denn? Ja, ich hab ihn gesehen. Hinten links. Okay. Jagd auf selbst. Es ist natürlich auch schön, wenn einer die ganze Zeit nichts mehr sagt. Das heißt, alle anderen sind schon... Und wer ist da wieder gemutet? Das heißt, ein Dead Ringer ist kacke. Ich hab ne Sniper. Na komm, wir stellen uns einfach alle nebeneinander und machen so nen Shotgun-Ring. Da ist er bei dem gelben Haus. Der ist im gelben Haus gewesen. Der lässt sich jetzt grad noch mal Schaden zuführen. Bam! Alles klar. Wieso kommt denn da so ein Nebel? Was ist das für ne Scheiße? Das ganze Haus qualmt. Das ganze Haus qualmt. Ich glaub da ist er drinnen. Weißt du, als wenn du einen gebufft hast. Da rauf gerade da raus. Ach kacke. Bram, ey, jetzt lauf da mal wem anders hinterher. Ich kann nix tun. Ja, du hast doch immer Tracer. Das ist doch nicht coolig. Sepp, ey, hättest du aber ruhig mit uns reden können. Nee, ich hab gedacht, ihr macht euch irgendwann... Aber wie knapp da drinnen ist. 27, 26, 26, 24, 24, 24, 24. Boah, ich wusste gar nicht, dass ich gerade führender bin. Das ist ja der absolute Obershit. War gut, Peter. Ich hatte nur ein bisschen Angst gerade. Das hab ich nicht gesagt. Okay, mach mal erst mal Peter weg. Ja, mach mal einfach. Oh nein, oh nein. Du bist direkt bei mir tatsächlich. Oh Gott. Alter, wo kommt ihr denn auf einmal her? Innocent. Ich hab nix gesehen, Sepp, wenn du jetzt schießt. Okay. Sepp schießt! Sepp schießt tatsächlich! Nein, ich schießt nicht mehr, Peter. Du hast mich auf 28 runtergeschossen. Hab ich nicht gesehen. Ich hab mich auf 39. Da. Boah, boah, alles gut. Christian! Nee, 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 nix, alles gut. Warum bist du low? Bram ist Traitor. Das stimmt. Und du hast die Leichen nicht konfirmt. Bram ist es, Leute. In der Polizei. Putz. Ich muss da ganz kurz... Ich muss mich doch mal ganz kurz matt machen. Ich muss mich doch mal ganz kurz matt machen. So, wo bist du denn? Wir müssen ja hier... Ganz weit weg! Du bist genau hinter mir, oder? Äh, ja. Äh, du wachst doch... Du wachst doch bestimmt mal hin, Kollegen, oder? Nee, aber der ist ja weit weg von dir. Böckst doch mal hin. Oh, ich weiß nicht. Hier nur das. Böckst doch mal hin. Ja, du wachst doch mal hin. Böckst doch mal jetzt. prêt ist weg. Da ist doch mal hin. Da ist doch nicht. Das ist doch nicht. Wachst doch nicht! Das ist doch nicht! Können wir hier noch hin? Du Hure! Lass da ein! Huch! Alter! Sepp! Ich hab gedacht du würdest Bram ihn beschützen Warum schießt du mich einfach an? Der lag ganz in der Enkel Der lag ganz schreit Ich wollte ein weiteres Experiment machen, ob du Traitor bist oder nicht Warum ist Johnny nicht über die Sprungmeeting gestorben? Boah Eier! Was ist das denn für eine Scheiße da auf dem Boden? Ich hab dich extra da oben gelegt Und du bist da drüber gelaufen Ich bin drum herum gelaufen Achso Ich hab mich gefragt was das ist Ich wurde random von Sepp einfach angeschossen auf 29 Ich bin dann auch ganz schön Ich hab dich auch random angeschossen Ich hab dich zurück geschossen Ich hab dich nicht random angeschossen Du hättest ja nicht zurückschießen müssen Die nächste Runde spielen wahrscheinlich Rooftops Dalo hat gewonnen Letzte Runde ein Griftenmuster Vielen Dank für Zuschauen Bis zum nächsten Mal, tschüss!